Sag mal, Papa, wie ist das mit der staatlichen Förderung? Also als Student bekomme ich da doch jetzt bestimmt Extrakohlezuschüsse vom Staat, oder? Gute Frage, keine Ahnung. Aber weißt du dann, wie das mit der Bezahlung im Ausland funktioniert? Also wenn ich ein Auslandssemester machen möchte, was muss ich da beachten? Nein, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber Papa, könntest du dann zumindest für mich in die Sparkasse gehen und an Berater fragen, wie es ist, wenn ich meinen Studienkredit außerplanmäßig erhöhen möchte? Du weißt ja, unter der Woche zu den normalen Öffnungszeiten, da schaffe ich es nie. Junge, dann geh doch einfach ins Internet und nutz die Private Line in der Sparkasse. Klasse. Dort kannst du von überall aus mit den Beratern chatten und dich direkt online beraten lassen. Klasse. Das mache ich. Lassen Sie sich individuell und persönlich beraten. Per E-Mail, Telefon, Text oder Video-Chat. Das Team der Private Line ist von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr für Sie da. Das Team der Private Line ist, was sie gucken, wenn ich jetzt immer wieder, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.